Herzlich Willkommen zum Re-Shop-Check von Quelle.de, wie angekündigt. Diesmal nicht in reiner Textform, sondern ausführlicher als Video-Variante. Ich hoffe, das gefällt euch. Anfang Mai ist Quelle.de zum dritten Mal mit einem runterneuerten Konzept gestartet. Einen Tag nach dem Start haben wir direkt einen Shop-Check umgesetzt, haben den auch entsprechend unserem Magazin veröffentlicht, wie man hier sehen kann. Und heute möchten wir das Ganze nochmal einige Wochen später Revue passieren lassen, schauen, wie sich der Shop entwickelt hat, ob überhaupt Veränderungen festzustellen sind. Das werden wir heute kurz und knapp nochmal durchgehen. Wie immer bei unseren Shop-Checks möchten wir mit der Traffic-Entwicklung anfangen, wobei auch hier nochmal der Hinweis erlaubt ist, dass Alexa sicherlich kein Tool ist, mit dem man wirklich auf absolute Zahlen zurückblicken kann, sondern es ist einfach ein Tool, wo zumindest Indikatoren, Tendenzen festzustellen sind. Hier sieht man zumindest recht deutlich, dass seit Mai, was den Traffic anbelangt, die Reichweite eine leichte, positive Tendenz festzustellen ist, gerade auch insbesondere im Vergleich zu den Monaten davor, wo es doch eher stagnierte, ist hier zumindest ein leichter Peak festzustellen und es scheint in die richtige Richtung zu gehen. Ähnlich sieht es aus beim Sichtbarkeitsindex, den wir ja auch immer regelmäßig mit unserem Shop-Check berücksichtigen. Auch hier sieht man sehr deutlich, zum 12.05., also ungefähr 10 Tage nach dem offiziellen Relaunch, ist es relativ steil berghoch gegangen. Das heißt, wir sind jetzt bis zum 23.06. hat Quelle den OVI-Wert, das ist ja Sichtbarkeitswert von Xovi, von 680. Vergleichen wir das mal mit dem Juli 2012, da liegt er bei 200,79, also eine ganze Menge, was sich da getan hat. Auch der Verlauf der Rankings, wie man sieht, ist deutlich nach oben gegangen. Beispielhaft auch, was das Social-Media-Verhalten angeht, kann man sagen, dass sich die Werte nahezu verdoppelt haben. Gerade was Facebook-Comments oder Facebook-Likes angeht, lagen wir bei unserer vergangenen Analyse, die ja noch gar nicht so lange her ist, sondern knapp zwei Monate, bei rund 500. Hier liegen wir bei fast 2000. Gleiches gilt auch hier für Facebook-Likes. Auch hier haben wir fast das Doppelte. Also auch hier gibt Quelle.de mächtig Gas und scheint da wirklich den dritten Start ernst zu nehmen und da nochmal in die Vollen zu gehen und zu schauen, ob sich die Anstrengungen auch wirklich rentieren, ob die Nutzer das neue Produktportfolio annehmen und auch entsprechend sich das monetarisieren lässt. Zusammenfassend kann man sagen, dass Quelle, die auf einem recht guten Weg zu sein scheint, das auch im SEM-Bereich, also bei der Schaltung von AdWords, Quelle sehr aktiv aktuell ist und da entsprechend, ich glaube, über 2000 Keywords gebucht hat mit verschiedenen Keyword-Phrasen, Keywords etc. und der erste Re-Shop-Check nach knapp acht Wochen zeigt eine deutliche Tendenz nach oben in allen Belangen, sowohl was Traffic-Aufkommen angeht, was Sichtbarkeit angeht, was Social-Media-Aktivitäten angeht. Hier hat sich also einiges getan. Es bleibt abzuwarten, wie die Entwicklung weitergeht, wie sich das Weihnachtsgeschäft entwickeln wird. Das wird, denke ich mal, ein ganz besonders wichtiger Punkt sein, auch, dass die Entwicklung im Vergleich zu den anderen Shops sich weiter positiv gestalten kann und dann, denke ich, kann diese alte Marke Quelle.de durchaus eine Chance haben, im Markt zu bestehen und wir werden es weiterhin beobachten. Wir werden auch in wenigen Monaten den einen oder anderen Blick nochmal auf die Entwicklung werfen und sollte sich da irgendwas Signifikantes tun, und werden wir mit Sicherheit auch darüber berichten. Bis dahin eine angenehme Woche und bis demnächst.